Oh Gott! Was steht da für die Nachricht? Scheiße. Ähm... Okay, kein Dungeon. Sorry. Nur ein Durchgang. Wie wäre ich gerade gelesen? Was bist du? Was, 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 was? What, to the how to the wine? Wot, für, ich krieg hier ... Also, uh ... Ich sterbe hier noch Nee, wieder ein HP Okay, was zum Fick war das? Oder habe ich irgendwas, was mich vor dem Tod beschützt? Nein, ich glaube nicht Er hat eine komische Maske getragen So ein bisschen Wie die Feuerteile, die Resingen Well done Es war nicht so well So, ich muss auch nach oben auf den Berg erkunden Das habe ich nicht vergessen Ich suche nur mal einen Checkpoint Das sieht Checkpoint Mäßig aus Okay, hat man den nicht schon mal bekommen? Nee, den hast du bekommen Ah, Slow Restores FP Das ist cool Ja Pogtalis, ja Das ist sehr praktisch Oathseeker Knight Okay Pater, was ist, was ist, was ist Pater Eine Faust Okay, Impaling Thrust Weapon Comparison of Lean and Double-Sided Blade Attachers Substantial Guard Wheeled by the Oathseeker Knights Aha Schwert oder Faust Alles klar Ja, und langsam FP generieren Das ist natürlich richtig nice Wobei so ein Talismans-Dot natürlich auch viel wert ist Ich glaube hier runter ist richtig Ich weiß, ich war noch nicht oben Das müssen wir uns merken Aber Das sieht aus wie ein Dungeon Es riecht wie ein Dungeon Es gibt den Vibe auch wie ein Dungeon Wait Oder falsche Richtung Moment, Moment, Moment Nee, ist richtig Das könnte ein Dungeon sein Nee, ist das ein Weg Where the fuck am I? Das ist doch wieder der Anfang Wow 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 Zum Achso, ach, dafür ist das Andy Ich hab mich bamboozelt hier Hat ich nicht gerade Achso, ach, ich brauch zwei Okay, okay, okay Bamboozelt myself Und ich war jetzt immer noch nicht oben auf dem Ding Und den Weg nach unten Ach, den hab ich hier Got it Got it, Jeff Got it Okay Ja, rein da Also wir werden jetzt schnell auf Torrent Durchziehen An den Go-Goats vorbei Dann können wir jetzt auf den linken Bereich mal auschecken Da bei den Ruinen vorbei War noch nicht gemacht Dächtig, glaub ich Da hast du nur so ein Vieh Hier hast du nur Shrooms Ganz viele Diktar da unten Oh, da war die Äh, nee Schlick, da heißt ja die andere Form, ne Die Garten Nee, war das Garten Äh, nee Sunlight, nee Nicht Sunlight Popor Und Karmesie Da gab's neues wildes Diktar Oh Ah Dankeschön Upgrades Und es ist Dog Dog wird nicht getötet Ich wünschte ich könnte sie petten Hm Na gut Dann kann ich alles haben Okay Rough Not taking any chances here So Ja, Ruine leider Ja, uninteressant Ich meine, wir hätten hier ein Upgrade Aber Ich hab ein bisschen mehr erwartet Aber gut Es ist ein random ass Haus Smithing Stone Und Great Arrow So, jetzt kommen wir hoch auf den Berg Und dann gehen wir runter So, weil gerade wenn es hier ein eigenes Upgrade System gibt Müssen wir ja gucken, dass wir alles mitnehmen Um so viele Punkte wie möglich zu bekommen Auch um den normalen Weg gehen Schönes Ding So Oh Painting Artist check Ah ne, das ist wieder wo Loot versteckt ist, ne Äh Brücke Warte, warte, warte Ich muss hier meinen Monocle nicht ganz rausholen Okay, du hast eine Brücke Da laufen wahrscheinlich Leute mit Fackeln Drunter hast du irgendein Tor Und kannst wahrscheinlich Shit finden Siegborg, but be wary of Dragon Hier ist eine Brücke Das heißt, hier unten wahrscheinlich Das heißt, wir setzen mal eine Markierung Ja Joa, wahrscheinlich Am ehesten Ich meine, hier ist auch eine Also hier vielleicht noch Ha Äh, muss ein Ort, wenn er in deinem Gemalt wurde Oder sitzt da so ein Geist in einem Stuhl Okay, an den quatsche ich an Dann gibt es Loot Perfekt Ja, ich glaube, ich habe sowas schon mal gemacht Aber es ist Ewig her Aber Gut zu wissen Haben wir mitgenommen Hat sich gelohnt, hier hochzukommen Auch weil es hier, siehst du, große Geldchen-Chillers gibt Die ja eigentlich ganz putzig sind Ah Du bist auch nicht putzig Ja, man Hallöchen, Orkros Ja, die sind nicht putzig Die sind fucking disgusting Vor allem habe ich euch Nichts getan Ah Okay, weißt du was, Motherfucker It's on Ne Motherfucker Moins, Hallöchen Ne, das muss man jetzt Jetzt müssen wir hier Scheißviecher Bleib hier Zweck, Alter Warte, warte, warte Für was war die Waffe nochmal, Andi? Ja, mega warm, mega warm Ich habe hier auch Licht, was mir in die Fresse scheint Ja, aber sowas von Wildbrat für alle hier Scheißviecher Ach ja Ja, mir fällt darauf, ich könnte mal einen Ventilator anmachen Gut, dass du mich dran erinnerst So ein bisschen frische Luft Hört ihr den Ventilator? So ein bisschen schlecht, wenn ich rede Er ist halt genau auf mich gerichtet Aber er hilft, er hilft Ich vergesse nur immer, dass ich ihn da stehen habe In der Ecke Da ist ein Bärchen Ich höre nicht Okay, das ist schon mal perfekt Passt schon Du nicht, Bärchen Aber Dich fürs Also Da Da Ach nee, das ist deiner Ich meine Ich meine Die ganze Zeit die Brisse geht Oh ja Ja, ja, ja So Okay Okay, was soll das Bärchen hier beschützt? Es fühlt sich wieder so ein bisschen random I'm not gonna lie Ja, wir stellen mal ein Bärchen hin Aber es macht nichts Es füllt die Welt Aber es ist trotzdem so Oh Hello Don't mind me Ach Da kann man den Boy Try Range Battle Da kann man den Boy ambushen So Das war eigentlich nicht clever Das war nicht gut Schnell einfach raus Ist okay Schnell einfach raus Jesus Distanz einschätzen war nicht so War, war, war Nee Ich war fucking damit Ah Hm Okay Ja, man muss auch mal versemmeln So Die Masterfrage ist jetzt Wie kommen wir aber da unten in den Bereich? Wenn ich ehrlich Weil Wir sind Wir sind hier gestartet Und das führt nur da Ach, da hinten Ich hab Ich hab's doch selber für nur noch gesagt, oder? Naja Kriegen wir hin Ich denk manchmal Diese Grabsteine sind was Aber nee Die sind einfach nur random as fuck Platziert überall Das ist schon Hier irgendwo Hau rein Hau rein Nee Ich war nie da Geh mir nicht auf den Sack Der macht mich nur wieder fertig Ähm Nee Hier ist auch kein Übergang Ha So Ah, die scheiß Ratten Das ist es auch nicht Das heißt, wahrscheinlich komm ich von hier irgendwie runter Weil überall, wo ich hier Oh, oder da Ich versuch mal da drüben Ich geh mal rüber Und dann Guck mal, ob wir da runter droppen können Ich weiß gar nicht Ich glaub, ich muss eigentlich nach Norden Ich glaube Das Gold flattert in eine andere Richtung Aber Like I care Nee, tut's gar nicht Ich dachte, das wird dieser Goldstreif sein Das ist einfach nur das Gras Okay Das heißt Wir machen wirklich was wir wollen Ah, das ist viel zu hoch Jesus Christ Ich brech mir alle Beine Boy Heißt aber vielleicht auch, dass es irgendein Item gibt Catfall Ring oder so, ne Damage negieren Kann so viel fallen, wie du willst Ah, aber ich glaube Der dead endet Ha Tja Okay, das heißt, wir haben den Bereich Wir sind hier so ein bisschen Ne, warte, hier waren wir noch gar nicht Halt, stopp, ich laber Scheiße, da waren wir noch nicht Da müssen wir hin Auf jeden Fall waren wir hier Ja Da waren wir Das haben wir Äh Drei Stream Was auch immer das bedeutet Das heißt, dass du Sehr, sehr, sehr Also, ne Du warst Die letzten drei Male da Sehr vorbildlich Hast du vorbeigeschaut Hast du reingeschaut Und jetzt kannst du, glaube ich Bonuscoins dafür mitnehmen Dass du, ne Immer da warst Und ich weiß gar nicht, wie hoch das geht Zehn Zwanzig Drei Hundert Ich würde gerne das Du mal verkacken Spaß Nein, nein Also war schon Also Morg war vorhin schon Ein bisschen bodenlos Hier Viermal gestorben Fünfmal gestorben Ja War jetzt Naja Also, wie gesagt Da bist du richtig Ich habe auch schon wieder vergessen Wie viel das insgesamt war Ich wollte eigentlich einen Counter Irgendwie mal einrichten Habe ich irgendwas Spontan einen Counter zu machen? Äh Nur mal so für mich Ich meine Ich könnte Neue Quelle Ja Ähm Text Nenn ich es Death Ja 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 Weiß einer wie viele wir haben Sind es Sind es acht Ich will acht sagen Aber vielleicht ist auch Bullshit Oder mal Ne Das ist ja dann Deaths Ich glaube acht Acht kommt hin Oder Aber irgendwie so So Ne 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 Und endlich nicht Also ne Seit DLC Beginn Ja 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 Maybe Der da unten Da hat er den mal anfangen Ja Acht Acht Kommt hin Ja Ist ja Boah Ich muss dann nochmal nach dem Stream In dem BOD Genau nachschauen So Jetzt aber erstmal looten Schmeißt ihr Ich schmeißen Dinge und es tut weh Gar nicht cool Okay Am Gebäude lang Am Gebäude lang Ich will eigentlich nur Absolut nicht Muss euch gar nicht umbringen Aha Aber doch 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 Da da geht es hoch Da da Sehe ich doch was Ne Ne Anlauf Anlauf Ne Aber ich kann Ich kann vielleicht Da rüben rein Hier also Hier drüben rein Ja Hier ist kein Loot Kein gar nichts Clever Ne 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 Okay Das ist von da drüben Zu erreichen Da war doch was Da war doch was Scheiße Ich hab es voll immer sehen Okay ich bin ehrlich Ich mein es ist zwar schon kein lila item Es wird nur ein crafting shit gewesen sein Nur irgendwas Crafting shit Oh 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 Hallooo Ja Sechseinhalb Stunden später Ja, okay Nein Lucky gewesen, I guess Dass es davor so gut ging Ne, da bin ich auch direkt reingesprungen Da habe ich dieses Tuch gar nicht Erst angepeilt Oder? Not even sure Ha Na, sage mal Ich glaube es geht einfach Ja, wahrscheinlich Ich meine, ich suche mir immer die schwersten Wege Aber ich könnte es recht haben Auch mit den Mobs daneben ist es natürlich Immer sehr glorreich Ja, das geht so viel einfacher Auch sehr glorreich Ich hoffe nur hier ist doch was drinne Das muss sich lohnen Eine Tür die aufgeht Hör doch auf Hör doch auf Ah, it's a chest Teleport Blade of Mercy Ich nehme an, das ist nichts zum Equippen Rings is attack power After each critical hit Ah Ja, muss man Parrying für können Bin ich raus So, und hier haben Leute auch noch Schnelligans gemacht Oh no Ich habe das Gefühl Ich komme hier nicht mehr runter Dann Ah, es ist doch intended Oder? Das sieht doch schon so aus Oh Gott Weiß einer, wie hoch der ist? Ich habe nicht genau hingeguckt Weil wir irgendwie drauf zu sind Ja Ja, jetzt wird es schon eng Oh Gott Oh Gott Oh Gott Was steht da für eine Nachricht? Scheiße Ähm Ah, einer hat es sogar noch hoch geschafft Okay Ja, nee Ist mir zu heiß Ich glaube, da ist kein Loot Oh, verdammt Ah Okay